Die Hypermotion hat für uns natürlich einen riesen Hebel, denn zum einen sind hier tatsächlich potenzielle User unterwegs, die sich für unsere Lösung interessieren, zum anderen sind aber auch von großen Corporates Innovations-Scouts bei uns am Stand gewesen und in die Innovation Labs und in die Scouting-Abteilung von den großen Plattformen zu kommen, ist für uns natürlich eine ganz tolle Möglichkeit.